Ja, ich sag mal, die würde schon sehen, ich kann frei verpassen, wo die Rechte für uns Zeit pro Leid kommt. Ja, weil die Leidens der 2, so weiß ich nicht, was die machen. Ich weiß, wenn wir auch so überlegen, ob wir diese 3G holen, weil die jetzt alle Geilen hinterher sind. Ja, aber diese 3G, was wir jetzt am Verpaufen sind, die Leute kaufen sich dann am Verpaufen wieder in dieser Zeit, weil sie nicht kaufen, weil sie einfach nicht in den Rufverkauf. Sie sind nicht angekommen, sondern nicht in den Preis nicht mehr. Ich weiß, dass wir da nicht auf und jeden mal Rufvitz oder so, nein, hier ist ein Spot, weil es hier der Rufvitz ist, die da ist der Rufvitz. Weil die haben die jetzt richtig draufgefallen, da sind die 3G nicht kaputt, das muss ich dann immer auf den Rufvitz. Dann kriegen wir die so nicht kaputt, dann sind wir auf die Power. Okay, ich schau. Tschö, tschö. So, das Rufvitz. Ja, der sieht aber, ja, den kannst du noch nähen. Guck mal, der Server hier, hinten der Server, der Heckserver. Ja, der Server hat wieder, hat sogar platt gemacht. Und das Rohr muss neu her. Das Rohr ist eigentlich noch drauf geschissen. Also rot rein, das kannst du theoretisch so erst nochmal lassen. Da fehlt aber das Stängel, da. Eine Stange ist ab, wie der Hals. Ja, eine Stange ist ab. Also das ist nicht jetzt passiert, das war mir gestern passiert. Ja, dann muss ich diese hier, alle einen rein. Ich hab ihn jetzt von mir auch rein, jetzt geht der doch. Ich kann schon ein bisschen mehr Knüffeln, bevor da was kommt. Überall einen rein. Einen rein, einen rein, noch einen rein. Und dann deine Kurve anheben. Weil du dich dann normalerweise in deiner Kurve. Und nicht weiter unten. Dann liegt der Atmer normalerweise noch. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Und dann liegt der Atmer normalerweise noch ein bisschen mehr Knüffeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020